Im Dialog herzlich willkommen heute mit einem sehr spannenden Menschen, denn er dirigiert, er regiert, könnte man sagen, ein außerordentlich wichtiges Unternehmen hier im Großraum Koblenz-Mittelrhein, nämlich das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz. Ich begrüße den Chef des BWZK, Dr. Medjens Diem. Grüß Sie, Dr. Diem. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich auch, denn ich habe es gesagt, die Koblenzer kennen natürlich, ich bin ja alteingesessener Koblenzer, kennen das Lazarett, so heißt es ja in Koblenz. Aber was da hinter den Kulissen bewältigt wird, ohne jetzt vordergründige PR machen zu wollen, ich meine es aber ganz ernst, ist eine ganze Menge. Bringen mich natürlich zur ersten Frage. Wir haben multinationale Krisen, Kriege an mehreren Stellen. Das heißt, das wissen die eingeweihten Koblenzer, sie haben natürlich besonders viel zu tun mit den Verletzten, den Schwerverletzten, die dann eingeflogen werden, mit Christoph 23, dem Rettungshubschrauber oder ihrem eigenen Heli, oder nicht Heli, sondern Rettungsflugzeug quasi. Wie ist das im Moment? Wie kriegen Sie das bewältigt, diese gleich mehreren Krisenherde? Also wir sind schon seit Anbeginn der Existenz des Krankenhauses ja immer eingebunden gewesen in die Versorgung von Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen, die irgendwo im Ausland im Einsatz waren. Das geht ja schon in die frühen 50er Jahre zurück. Zugegeben, damals gab es noch nicht viele Verletzte, aber auch gerade in den vergangenen Jahrzehnten, als wir in Zentralasien, Afghanistan, aber auch im Irak und in Afrika im Einsatz waren, auch da waren wir schon immer der Anlaufpunkt, um zu Hause die abschließende klinische Versorgung von den Soldaten sicherzustellen. Das ist kein Novum. Im Moment, aus den Einsätzen heraus, haben wir genau genommen keinen großen Zufluss. Die Masse der Patienten, die im Moment bei uns im Hause versorgt werden, kommen im Rahmen unseres Auftrages als überregionales Traumazentrum für die ganze Region des Mittelrheins eigentlich ins Haus rein. Sie sprachen den Hubschrauber schon an. Wir haben auch vereinzelt immer wieder Patienten aus der Ukraine zur Versorgung bei uns im Haus, die wir dann dort, ja, deren Gesundheit wir wieder herstellen. Und ja, das war auch über die vergangenen Jahre hinweg. Das geht genau gestanden genommen sogar schon auf das Jahr 2014 zurück, in dem ja eigentlich der Ukraine-Konflikt schon begonnen hatte. Auch da hatten wir schon erste Patienten von dort übernommen. Ich spreche es deshalb an, weil Sie haben ja immer schon eine Teilung gehabt. Das heißt, Sie sind natürlich auch das Krankenhaus für Bundeswehrangehörige, die dann zu Ihnen kommen können oder in eines der anderen Bundeswehrkrankenhäuser. Sie haben die Verletzten, die Schwerverletzten aus den Kriegsgebieten. Und aber, und das ist ja das Gute, das kommt uns hier in der Region zugute, Sie haben ja immer auch die lokalen zivilen Patientinnen und Patienten aufgenommen. Und der Anteil ist größer als ich dachte. Ich habe es jetzt in der Vorbereitung nochmal nachgelesen. Mehr als die Hälfte, ne? Wir haben tatsächlich bei den Patienten, die wir bei uns im Haus versorgen, sogar bis zu 80 Prozent der Patienten sind zivile Patienten. Und man muss sich immer wieder bewusst machen, der Auftrag des Bundeswehrzentralkrankenhauses ist ja eben genau der, einsatzbereites medizinisch-klinisches Personal auszubilden und dort auch einsatzbereit vorzuhalten, wenn es denn zu einem Einsatz kommt. Deswegen gibt es das Haus. Und das heißt, wenn es dann zu Einsätzen kommt, und so ist das auch im Moment, wir haben auch im Moment Angehörige unseres Hauses in Einsatzgebieten im Irak, wir auch jetzt unten auf der Fregate Hessen, die jetzt dort im Einsatz ist, und unterstützen damit die laufenden Einsätze der Bundeswehr. Schon auch über die vergangenen Jahrzehnte hinweg. Das eine bedingt das andere. Da ich ja ausbilde und die Leute dort in Übung halte, das kann ich nur tun, wenn ich klinische Versorgung auf dem höchsten Niveau mache. Und das ist das Positive daran, das ist der Synergieeffekt, kann man das nennen, für uns ideale Ausbildung, für die Bevölkerung eine hochwertige medizinische Versorgung, gerade auch besonders im traumatologischen Bereich auf höchstem Niveau. Und ich denke mir, ich stelle mir vor, dass Sie besonders im psychologischen Bereich eine Menge Kompetenz und Kapazität brauchen, oder? Wie bildet man da die Mitarbeiter aus und bereitet die vor? Weil ich meine, ich stelle mir das jetzt nur vor, wenn dieses Rettungsflugzeug kommt mit schwer verletzten Soldaten und einem zerfetzten Bein oder Schlimmerem noch, da muss man ja auch psychologisch, psychisch mit klarkommen, als behandelnder Arzt oder Mitarbeiter, oder? Ist das ein Schwerpunkt, die Mitarbeiter auch zu schützen dann davor und zu beraten, zu betreuen? Ich glaube, das ist eine Gemeinsamkeit, was die Vorbereitung des Personals mit solchen komplexen, umfassenden Verletzungen und sowas betrifft. Das ist eine Gemeinsamkeit, die wir ja tatsächlich mit allen Gesundheitsversorgern teilen. Denn das ist nicht nur ein Spezifikum des Bundeswehrzentralkrankenhauses, sondern eigentlich auch aller Krankenhäuser, die in der Traumaversorgung eingesetzt sind. Wegen der Schwere der Verletzungen, durch irgendwelche Minen oder sowas. Das hat ja das normale Krankenhaus nicht unbedingt. Ja, aber wir haben natürlich auch in unserem eigenen Haus eine psychiatrische Abteilung und mit auch Psychologen und Psychotherapeuten dabei, die eben neben der Versorgung von den Patienten auch unterstützen, natürlich dabei bei der Betreuung, bei der Begleitung, bei dem Debriefing unseres eigenen klinischen Personals. Das ist gar keine Frage, das muss sein. Ja, jetzt hat die Politik ja das Bundeswehrzentralkrankenhaus des BWZK immer im Blick natürlich gehabt. Bundeskanzler Willy Brandt, da habe ich nochmal nachgelesen, man redet immer von Schmidt, der da war, aber schon Willy Brandt war da. Natürlich auch Rudolf Scharping und die Verteidigungsminister. Jetzt haben wir einen neuen Verteidigungsminister. Der hat ja einen enormen Lauf, könnte man sagen. Der Spiegel hat neulich eine große Story bei Ihnen gebracht. Hoffentlich bleibt es nicht bei der Ankündigung nur, sondern passiert auch was. Was können Sie denn bisher sagen? Also Ihr oberster Chef oder Ihr zweiter Chef, der oberste ist ja wahrscheinlich der Kanzler oder der, nee, der Verteidigungsminister ist schon der oberste, ne? Der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt ist der Verteidigungsminister. Hat er sich schon vorgestellt? Hat er entsprechende Finanzmittel zur Verfügung gestellt oder in Aussicht gestellt? Was ist Ihr Eindruck? Also persönliche Vorstellungen oder Kennenlernen hatten wir tatsächlich jetzt noch nicht. Seine Vorgängerin war gleich an dem ersten Tag meines Dienstantritts vor etwas mehr als zwei Jahren tatsächlich an meinem wirklich ersten Tag im Bundeswehrzentralkrankenhaus bei uns zu Besuch. Bis jetzt hatte der Weg ihn noch nicht zu uns geführt. Gut, Berlin ist auch ein bisschen weiter mit Bonn. Sie sprachen Willy Brandt und den Altkanzler Schmidt an vorhin. Wir waren ja damals das Regierungskrankenhaus. Auch Helmut Kohl doch wahrscheinlich. Ich gebe ganz ehrlich zu, Helmut Kohl habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Ich habe ihn auch noch nicht gelesen, aber ich dachte, vielleicht war er eher in Ludwigshafen. Im Krankenhaus. Nein, aber Sie fragt nach der finanziellen Ausstattung. Sie haben ja hier auch auf dem Tisch liegen, dieses Bild. Das zeigt, wir sind ja im Moment in einer Modernisierungs- und Erneuerungsphase. Und wir investieren im Moment da oben in den Neubau des Operations- und Mullifunktionsgebäudes, indem wir hohe dreistellige Millionenbeträge gerade investieren, um uns auch hier zukunftssicher aufzustellen. Finanzierung für unser Haus ist sichergestellt in dem Umfang, wie wir es auch wirklich brauchen. Den Eindruck hatte ich immer. Es wird ja jetzt neu gebaut. Ich hatte immer, wenn ich mal da war oder Menschen besucht habe, den Eindruck, dass es da nicht unbedingt, was man so sehen kann, an Geld fehlt. Das heißt, da hat der Staat, die Regierung oder das Verteidigungsministerium immer Gelder zur Verfügung gestellt. Im Wissen, wie wichtig das BWZK ist. Ja, also wir sind ja Teil des zentralen Sanitätsdienstes insgesamt. Und so wie es für den Einzelplan 14, für das Verteidigungsministerium, für das gesamte Ressortenbudget gibt, gibt es natürlich auch eins für den Sanitätsdienst. Und ich muss sagen, also finanzielle Sorgen oder Nöte habe ich im Moment nicht zu erleiden. Das sind wir gut ausgestattet. Und ja, es erklärt sich natürlich auch daraus, wir sind jetzt eben auch nicht nur ein Krankenhaus, das der Versorgung dient, sondern wir sind ganz ähnlich wie Universitätskliniken, eben vor allem auch in den Ausbildungsstädten. Und da können Sie auch keine Abstriche machen. Das ist gut zu hören. Aber dennoch hat ja das Gesundheitssystem eine Menge Herausforderungen bereit. Wo sind Sie denn aktuell im Bereich jetzt der Bundeswehr, im Gesundheitssystem, im Gesundheitswesen der Bundeswehr, die speziellen Herausforderungen für Sie, für das BWZK? Da haben wir tatsächlich ähnliche Herausforderungen wie das Gesundheitssystem in Deutschland insgesamt und wie ich letzte Woche auch bei einer Dienstreise in die USA, in Washington bei dem Walter Reed Hospital und in San Antonio bei dem Blue Army Medical Center, mit denen wir in Kooperationen verbunden sind, die haben tatsächlich sogar das gleiche Problem. Und das große Problem der Zeit ist Personalengpässe im Bereich der Gesundheitsfachberufe, also Pflege, medizinische Fachangestellte, all die fleißigen Geister, die oft gar nicht so unmittelbar wahrgenommen werden, aber ohne die überhaupt eine so hochwertige Spitzenmedizin und Versorgung, wie wir sie da oben im Bundeswehrzentralkenhaus machen, gar nicht möglich wäre. Das ist tatsächlich das, was mir große Sorge bereitet für das ganze Gesundheitssystem. Aber das ist eben auch für uns durchaus ein limitierender Faktor. Ja, das stelle ich mir vor, das große Problem überall, auch bei Ihnen. Und die Zuwendung, die Zeit zu haben überhaupt für die Patienten, das ist ja ein eigenes großes Thema. Ein weiteres Thema ist KI, die künstliche Intelligenz, die Digitalisierung, die ist ja nun im Gesundheitswesen ganz besonders wichtig. Dass man gerade, weil Sie es sagen, diese Ergebnisse, diese Erkenntnisse, die Sie zum Beispiel im BWZK gewinnen, dass die dann künftig national innerhalb der Bundeswehr, aber vielleicht auch international zur Verfügung stehen und man dann spezifische Entwicklungen eines, sagen wir mal, Karzinoms zum Beispiel, überall verfolgen können. Da ist ja die Digitalisierung und die KI, denke ich, eine ganz wichtige Geschichte. Welche Rolle spielt das für Sie im BWZK jetzt schon, die KI zum Beispiel und die Digitalisierung? Eine immense, zentrale und ganz, ganz besonders große. Wir sprachen eben ja schon über den Neubau und auch darin wird das natürlich in vorbildlichster Art und Weise realisiert. Dass wir dort den Anspruch in eine moderne Infrastruktur, die sowohl im pflegerischen Bereich als auch im medizinischen Bereich, radiologischen Bereich ganz besonders, wir werden dann da, wenn das Gebäude mal fertiggestellt ist, eine der größten Radiologien im Süden Deutschlands haben. Das spielt eine Riesenrolle. Wo wir noch besser werden müssen, das ist so Vernetzung und Integration in Dokumentationssysteme und sowas. Das ist insgesamt Deutschland noch was, wo wir besser werden können. Da gibt es manchmal so ein bisschen Spannungsfelder zwischen Datenschutz und technologisch möglichem. Aber es entwickelt sich. Ein spannender Bereich. Wir könnten noch ganz lange reden. Die Sendezeit ist langsam vorbei. Aber es gibt für alle, die sich jetzt weitergehend informieren, eine Sendereihe bei uns hier bei TV Mittelrhein und WWTV mit dem BWZK. Klinik hautnah im BWZK. Die läuft jetzt an in diesen Tagen. Und wir freuen uns, dass Sie uns da ins Bild gebracht haben. Genau. Wir freuen uns, dass das BWZK in Koblenz sitzt. Da sind wir, glaube ich, stolz. Eine der, wenn nicht sogar das wichtigste Unternehmen in Koblenz, oder? Wenn man das mal Unternehmen im größeren Sinne sieht. Ich lasse mich nicht verführen zu widersprechen. Genau. Dr. Jens Diemen, der Chef des Bundeswehrzentralkrankenhauses, bei uns heute im Dialog. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank Ihnen.